Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound, wo wir gerade eben eine kleine, naja, eine Verzögerung hatten, weil wir das Schiff wieder nicht umgestellt haben, aber wir haben mal ein bisschen aufgeräumt und ein paar mehr Kisten hin und überhaupt und sowieso, damit wir mal was einsortieren können. Nicht wahr, lieber Tobi? So sieht's aus. Ja, ich freue mich, damit die am liebsten mit der Waffe um mich schlagen und wieder alles auseinanderreißen. Hau doch mal da oben die Kisten weg. Das ist eine tolle Idee. Okay, das muss ich ja mal sagen, ich wollte die Waffe hier ausprobieren, das würde ich gerne mal auf der Planetino-Oberfläche gleich machen noch, und dabei sind mir hier die beiden Kisten hier oben explodiert und dann muss ich alles wieder einsortieren und boah, ekelhaft, naja. Aber dafür das Inventar, das Inventar machen wir jetzt immer offscreen, einfach damit es ein bisschen Zeit spart, damit es sauber ist und dann können wir immer wieder wohlgestärkt in die nächste Aufnahme gehen. Oh ja, was machen wir denn heute Schönes eigentlich? Also ich muss erstmal die Waffe ausprobieren. Das muss ich einfach mal kurz machen. Die ist nicht sonderlich gut. Alter. Naja. Alter, die Knochen, das sind ja richtige Bomben, die da rauskommen. Deswegen ist alles explodiert im Schiff. Jetzt würde ich gerne mal so einen Dicken hier sehen, so einen Bliederfarben. Boah. Die ist nicht so schlecht, wie das steht. Nee, nee, gar nicht. Nee, das steht nicht, dass die so gut ist. Naja, 45 Damage oder was war das? Nee, nee, nee. Die hat nicht so viel. Die hat 16 Damage pro Sekunde und 20 Damage per Swing. Aber die Bomben sind da ja nicht mit eingerechnet. Also das ist schon ein gutes Ding auf jeden Fall. Nicht schlecht. Guck mal gerade die Dinger hier runter. Bandagen. Also den Planeten haben wir eh einmal umrundet. Da ist ja jetzt nicht mehr viel zu holen. Wir könnten jetzt natürlich noch wieder in den Untergrund und wieder Rohstoffe sammeln. Aber das machen wir vielleicht einfach mal woanders. Vielleicht auf dem Planeten, wo wir uns dann auch ein bisschen niederlassen. Zum Beispiel. Oder vielleicht einfach auf so einem Terplaneten. Da wäre ich auch sofort dabei, dass wir den erstmal... Vor allen Dingen werden wir da länger graben beim Terplaneten. Weil da ist echt easy, ganz viele Rohstoffe zu kriegen. Und wie es aussieht, kann man die ja tatsächlich gebrauchen. Vor allen Dingen Pixel. Ja. Sind diese Terplaneten denn sichtbar irgendwie? Nee. Oder unterhaltbar von den anderen? Leider nicht. Also die sehen einfach aus, dass der letzte, auf dem ich war, ich weiß, ob es für alle zutrifft, aber der letzte, auf dem ich war, war halt so ein klasse M-Planet. Habe ich ja, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Ja. Und der sah einfach aus, von außen sah der einfach aus wie die Erde sozusagen. Alter, die Waffe ist krass. Echt? Die ist echt schon, also muss ich sagen. Ich glaube, die andere hat noch mehr Wumms. So beim Direktschlag, aber die hat durch die Explosionen halt eine Menge drauf. Willst du die vielleicht benutzen? Welche denn? Die andere, ne? Diese Schippe meinst du? Hallo? Ich habe gerade, ja warte, ich habe gerade was größenmal und nix gemacht. Achso, okay. Also das übliche. Ich habe gerade einfach so einen großen Klops weggesmashed mit dem Ding. Echt? Ja. Das ist ja voll das Gerät. Krass. Ah, die ist echt, also, vor allen Dingen der Hut passt auch so super dazu. Ja. Hände hoch. Die ist nur ein bisschen langsam. Da muss man ein gutes Timing haben. Was machst du denn gerade? Ich musste mich kurz aufs Schiff zurück teleportieren, weil ich fast tot gewesen wäre. Hä? Wie das denn? Ja, aber mir stand vor mir erst auf einmal so ein Vieh gespawn, so ein großes. Bäh? So ein rosa Ding ist? Ja, ja, genau. Der hat mich einfach mal voll weggesmackt, während ich den Berg hochgekrackelt bin. Oh. Ich sammle in der Zeit einfach noch ein bisschen Holz hier. Aber da war doch keiner. Ja, ich bin ein bisschen hinter dir geblieben, weil ich diese Bandagenpflanzen gesammelt habe. Ah, okay. Und der ist da scheinbar dann gespawnt, der Penner. Hm. Das ist gemein. Das ist voll gemein. Finde ich nicht öel. Dööö, krieg 200 Pils. Hallo. Hi. Ich fühle mich voll an, wie heißt denn dieser Sänger nochmal, der diese Fledermaus mal den Kopf abgebissen hat? Was? Alter, ich finde, ich sehe auch so wie ein kleiner Lego-Captain. Ja, oder so. Hut, Hut, alle ein Bord. Ich finde das toll, was es hier für Vielfalt gibt. Einfach nur so ein Krempel, den man finden kann. Oh ja. Das feier ich ja ungemein. Gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Alter. Das gibt's ja nicht. Hm? Hab ich damit wirklich gerade... Also ich kann mit der Waffe hier Rohstoffe ausgraben. Echt? Komm mal bitte ganz kurz. Ja, ich komme. Oder liegt das nur daran, dass der Rohstoff so weich ist? Aber hier. Guck mal. Hier, guck, guck, das waren wir nicht hier. Alter. Aber ich muss, das geht nur gerade. Das ist ja unfassbar. Alter, hier kommt der Looter-King. Aber nach unten. Ne, nach unten geht's leider nicht, oder? Na so. Ne, doch nicht. Aber so seitwärts, na gut, hier bei Erde dauert's halt ewig. Aber damit kann's halt große vorkommen. Obwohl das, wird das für uns wahrscheinlich bei Ärzten gar nicht lohnen. Bei Tear wäre das... Ja, wenn du mal so einen Berg abtragen willst oder so? Ja, bei Tear wäre das extrem effektiv, glaube ich. Bei Tear lässt sich da relativ easy weg. Alter. Die Waffe ist so pervers. Alter. Was macht denn der? Krass. Willst du mal eine andere Waffe haben? Ähm, machen wir auf dem Schiff am besten. Ja, ach komm, oder? Die kann dir hier einfach mal eben... Schade. Die mochte ich auch ganz gerne. Huch! Oh. Huch! Da unten. Ach, das Ding. Die ist super. Ja, die ist auf jeden Fall auch cool. Dann sind wir jetzt mal ein bisschen besser ausgerüstet. Huch! Also ich sehe aus wie ein Zauberer und du siehst aus wie ein Piraten. Wir sind einfach vielfältig. Oh! Oha. Die Geißel der Galaxis. Ja. Ich muss auf jeden Fall mal ganz kurz was snacken. Na gut, das dauert zu lange. Wenn ich da versuche ernsthaft was abzugraben, das dauert Ewigkeiten. Na, 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 na. Ja, was machen wir? Wollen wir hier? Ne, hier wollen wir nicht in die Tiefe. Ne, der Planet ist nicht so schön, oder? Ne, ich glaube nicht, oder? War zwar ganz spannend mit den Robotern und so, aber jetzt so überzeugt hat er mich jetzt irgendwie nicht. Ne, mich auch nicht. Komm, dann beam wir einmal wieder hoch. Ach, ich lande ja immer bei mir, verdammt. Ach so. Komm doch mal rüber, Mann, und setz die Bade zu mir hin. Wie, 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 wie. Mit dem Schiff wegfliegen ist eigentlich voll sinnlos, ne? Du kannst ja jederzeit wieder zu mir teleportieren. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Es sei denn, man löst schnell die Gruppe auf. Aber wer macht denn sowas, Alter? So, okay. Das hier wird nicht der Heimatplanet. Hier sind wir jetzt momentan. Ich gucke gerade mal. Schnee kommt noch nicht in Frage. Hier ist Forest, Threat Level 2. Wollen wir das mal ausprobieren? Forest, Threat, ja, mach mal. Klingt interessant. Probieren wir das mal gerade. Also Wald finde ich immer schöner als, obwohl wir können auch mal Wüste probieren und sowas. Nicht immer nur Wald, sondern vielleicht auch mal was anderes einfach. Das wollen wir mal was anderes zeigen noch. Jetzt ein Terraplanet. Boah, das wäre super. Ich muss mal kurz in die Nase... Ich bin im Gefängnis da oben. Ich muss mal kurz in... Ja, das wäre auch mega, oder? Ach, es gibt da so viel. Auch dieses... So ein Schloss fand ich auch mega geil. Da gab es so geile Gegenstände einfach. Ich will mal ganz kurz weg Nase schnauben. Bis gleich. Ja, mach das. Moment, sing doch mal so lange. Sekunden. Sing doch mal so lange. Sing doch mal so lange. Ich gucke in der Zeit einfach mal, was ich vielleicht noch craften kann. Ähm. Ne, warte, da wollte ich gar nicht hin. Verdammt. Hier unten. Ähm. Fackeln sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Huch. Boah, mega leck. Na. Alter. Hat überhaupt nichts gebracht mit der Nase. Na ja. Enged? Hm? Enged fest? Ja, es klumpt, mein Junge. Ja. Hörst du nur so'n... Hier, guck dir den Planeten an, dann weißt du Bescheid. So, hab ich, ich hab glaub ich noch was aufgesammelt, was ist, ach, Iron Ore, bla 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 hab ich noch gesammelt, aber hab ich nicht noch ne Waffe genommen? Nee. Ah, ich dachte, okay, ja, wollen wir mal runter gleich? Jau. Juuu, tschüss. Geh die, geh die dohn. Huch. Betamierfuck. Ah. Da bin ich gern. Und das, die Bäume, die ich denke, dass das die sind? Nee, leider nicht. Schade. Boah. Hat der mich grad... Vorsicht mit den blauen Viechern, die sind schon brutal. Kann das sein, dass man hier wieder langsamer schwebt? Oh oh, ich seh schon wieder Poison. Das hier wird... Der ist lieb, ne? Der ist lieb. Ich trau ihm nicht. Hatte ich grad so nachgeguckt, so nach unten. Jaja. Oh. Einwanderungsbehörde. Aber das sind die alles für Krempel. Was war dat? Kein Widerstand. So. Äh. So. Schicke Lampe. Nur mal kurz ausprobieren. Grape Seed. Ach cool. Cool. Wird aber mehr. Oh, geiler Baum. Bäume, ey. Krass. Vielleicht mach ich mal lieber von dieser Seite. Juhu. Irgendwie schwebt man hier langsamer. Kann das sein? Ja, die Schwerkraft ist ja nicht ganz so hoch. Alter. Voll das Mörderding, ey. Und das nächste Ding wird gleich angegriffen. Hä, was ist denn das hier? Cool das hier aussieht. Alter. Warte mal. Es schneit. Was? Ey es schneit. Das ist ja geil. Wie geil. Das ist schöner als Darmstadt. Oder Köln. Boah geil. Hat zum Glück keine Auswirkung auf die Frames. Oh. Vorsicht. Ich hör's aber immer nur knallen. Alter, die Waffe ist einfach so mies. Oh. Vorsicht, die macht aber ein Damage. Einen üblen. Oh, Alter. Schade, dass man damit nicht zielen kann. Alter, was ist das für ein Planet? Geht. Was war das? So ein Blitzding da unten. So ein Blitzviech. Alter. Boah, das macht aber auch übel Damage. Hab ich nicht, hab ich nicht. Äh. Kann es sein, dass das Problem ein bisschen dunkel ist? Ja, minimal. Ah, das tut aber nix. Egal. Jetzt, sowieso nicht mehr. Oh. Halt, halt, halt. Oh. Scheiße. Und ich lauf noch vor Gier in die... Warte mal. Ich will was probieren. Alter. Das ist meine Waffe. Ich möchte sie heiraten. Kümmerst du dich bitte um die Dame? Ich kümmere mich drum. Die Dame des Hauses. Vielen Dank. Ich finde es gut, dass wir unseren Job so mit Leidenschaft verfolgen. Nee, die hat ne Ananas fallen gelassen. Die war illegal erworben. Wollen wir hier mal nach unten rein? Hast du das ausgeräumt, das Haus? Ansonsten würde ich sagen ja. Na klar. Ist doch ehren... Warte mal. Alter. Alter, alter, alter. Keine Zeit ne Fackel hinzuhängen. Nee, warum? Ah, bevor wir hier... Warte mal. Ja? Scheiße. Wir wollten doch das Licht craften, was man auf dem Rücken rumtragen kann. Ach, stimmt ja. Was brauchst du denn dafür? Brauchst du denn... Crafting in der Box reicht nicht, ne? Nee, leider nicht. Glaub... Oder? Doch, könnte passieren. Können wir mal ausprobieren. Sobald wir ja... Sobald wir ja Boden rein den Füßen haben. Na super. Irgend so ne Pisspfütze irgendwo, weißt du? Hilfe! Sind das Feuerameisen? Ich grab mich immer rüber gerade. Ja. Boah. Das war knapp. Das war ne super Idee. Boah, guck mal da oben. Hm? Ist da an der Wand. Bei dir da unten. Warte mal. Wie, das hast du nicht gesehen. Ich dachte bei dir da oben. Ich hab mich gerade ablenken lassen. Na super. Hab ich ein so'n Ding vergessen und schon wieder... Uh, uh, uh. Ach, alter. Leck mich doch am Arsch. Boah. 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 So, ich bin dann mal die nächste Zeit beschäftigt. Boah. 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 Da kommt ne Schimmelding ins Unten. Äh... Was willst du denn? Boah, du Held! Ja, ich hab ja sonst nix. Ist egal, Alter. Das sind schon ein paar Schwunden in der Wand. Scheiße. Nein, ne. Alter. War es gleich tot? Egal. Hauptsache noch Rohstoffe mitnehmen. Boah, das wird ein teures Vergnügen hier. In diesem Planeten. Mach dich. Hm? Ich hab gesagt, wag dich. Was denn? Achso, nee, wollte ich gar nicht. Was du mir zutraust? Ich bin ein bisschen enttäuscht gerade, Tobi. Jetzt auch rein menschlich gesehen, weißt du? Ja. Morgen kommt die Kündigung. Zum Glück bin ich ja ein Affenjunge. So was wie menschlich kenn ich gar nicht. So, Alter, hier. So viele Rohstoffe. Aber trotzdem finde ich Planeten auch nicht so geil. Ja, nee. Irgendwie... Wobei ich sagen muss, dass... Das mit dem Gift geht mir auch immens auf den Sack einfach immer. Weil du musst halt wirklich alle... Alle zwei Meter aufpassen. Und so nötig haben wir die Rohstoffe ja gerade auch nicht. Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Huh. Holst du hin? Hier unten? So. Ich habe gerade Diamanten gesehen. Die hole ich mir mal nicht. Oder doch? Komm einfach mal mit. Oh. Ja, das machst du mal. Was? Was sind das denn für Töne? Ja, du brauchst, äh... Die oben lasse ich dir. Das ist so lieb von dir. Hm. War's doch schon. Alter, war das ein Todessprung gerade. Ach, ist ja nur ein Diamant. Na, ist ja lächerlich. Oh. So. Also wir sind da links gelaufen, ne? Äh, ja. Ja, da können wir ja noch mal kurz gucken, ob es da noch was gibt. Was ist das für eine Größe vom Planet, weißt du das noch? Äh, ich glaube Medium. Ah, okay. Die tun übrigens nix. In dem Gegensatz zu dem hier. Wo bist du denn? Ich habe nur mal kurz in die Höhle da reingeguckt, aber war keine große. Oh, oh, hallo die Herren. Wie geht's denn immer so? Ich hoffe doch gut, Alter. Alter. Geil. So. Schön. Alter. Wir haben nicht gepennt. Wir müssen konfiszieren. So. Alter, die Bäume. Wir sollten die eigentlich mitnehmen, oder? Die sind so riesengroß. Die sind so riesengroß. Warte, warte, warte. Ich mach nur Holz hier gerade. Also auch, ich grad sehe. Alter, der Regenball. Oh. Einen schicken Gong haben sie da. Das sind die Klingel. So. Guten Tag. So. Oh, die Arme, ey. Die Geißel der Galaxis. So, hm. Aber ich hab nen Burger von der alten gekriegt. Geil. Vielleicht wolltest du grad schnabulieren. Ja, was sind das für Viecher da unten? Sind die Dieb? Ja. Ja, nicht mehr. Oha, die sind auf mich. Oh. 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 Wollt das Holz noch holen? Juh, tack. Lecker, lecker, lecker. Ich schmecker. Alter. Pass auf, nicht da reinfallen. Nicht da reinfallen. Oh. Alter, Schwede. Oh, wie gemein. Wie ist das denn? Wie ist das? Alter. Alter, hier ist ja überall Gift. Der Planet ist scheiße. Was? 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 Ja, natürlich! Ich spring einfach nur einmal hoch, ey. Jetzt regnst du das hier gerade. Ich kann wohl heulen fast alles, was ich kann. Das regn, tote Vögel. Ah, ich hab extra nicht zugeschlagen. Oh. Boah, Alter! Hat der mich gerade weggepfeffert. Du! Bist du tot? Ich guck mir mal das Schiff gerade an. Ich wollte mal was gucken. Tschüss. Machs gut. Scheiße. Oh. Ja, also irgendwie, äh, 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 es ist doch ein bisschen härter geworden. Fleischwurst. Extrem. Wo sind meine Haare? Achso, ich hab nen Hut auf. Ach, du bist ja auch da. Jaja, ich bin schnell zurückgekommen, weil... da standen auf einmal so viele. Du, ich hab überlegt, vielleicht suchen wir einfach mal einen anderen Planeten. Hm? Ich glaub auch. Also wir haben jetzt schon... Wir waren jetzt so lange hier unten. Das reicht eigentlich. Boah, äh, so. Fuel ist fast wieder voll, zack. Wir haben ja ein bisschen... Haben wir noch. Wir müssen einfach einen guten Planeten finden, wo wir uns auch mal niederlassen können. Ich möchte endlich mal wieder ein Haus bauen, verdammt. Das müsste so ein Mixplanet sein, wo so Menschen sind und unten in der Tiefe, dass es richtig tief hingeht. Dat wär schön. Richtig tief? Okay. Forest Level 2. Medium. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Threat Level 2. Wollen wir das mal probieren? Klingt nach nem Plan. Gut. Threat Level 1 lohnt sich fast gar nicht mehr eigentlich. Obwohl das vielleicht nicht schlecht wäre, um da... um so einen Planeten für Rohstoffe zu finden. Wobei ich das Gefühl habe, dass vielleicht bei... bei diesen Beta-Stars jetzt irgendwie mehr Rohstoffe zu finden sind. Ich bin mir immer nicht sicher. Hm. dude du 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 du... du 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 du... du 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 tipo... Space Ape Käpt'n. F V P Ape. Pape. Pape? Kapitän Pape. Da gibt es... Kacken gehen. Alter, was ist das denn? Hä? Wo kommt ein Diva für her? Was hast du denn in deiner Hand? Döner. Alter, ich hab mir eben Döner geholt. Ich hatte Hunger. Was ist das? Ich will das nicht benutzen gerade. Wo kommt das? Ach, im Inventar ist das gelandet. 14 damage aber nur. Die ist nicht so sonderlich gut. Die sieht nur geil aus. Ist aber legendary. Krass. Probier sie gleich mal aus. Vielleicht ist die mega. Die andere hat ja auch nur 16 oder so. Ja, aber die hat kein Special drauf. Ach so. Okay. Sieht so lustig aus, wenn man mit herläuft. Okay. Äh, tschüss. Hey, wir sind auf der Erde. Hui. Ich hoffe. Wow. Hey, ne Kiste. Gibt's ja gar nicht. Ich hab ne Harfe. Hey. Ne Harfe ist cool, aber probiert lieber nicht aus. Nee, 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 nee. Ach, hier, die furzt. Das Schwert furzt. Sieht aus wie Sol Calibur. Und da unten sind die Glückstrolle. Die kann man sammeln. Äh. Hast du die nicht angehauen? Nee. Oh Gott. Ich werde verfolgt von wildem... Alter. Hier greift mich grad alles an. Hilfe. Au. Hier ist das Dreckspack. Was ist das denn hier? Wir sind... Wir sind... Ich glaube, wir sind auf einem Roboterplaneten, wenn ich das richtig sehe. Ändert mich ein bisschen an den ersten, wo wir damals waren, ja. Ja. Ich glaube, das... ... ... ... ... Alter, die Waffe ist so krass einfach. Wie die auf... Wie die aufräumt. Wie die aufräumt. Oh, eine Geldkassette. Oh, eine Geldkassette. Hättest du nicht gedacht, wa? Dass die da noch steht. Da unten ist noch eine. Boah, hallo? Framerate? Ah. Schon wieder Zellenmaterial. Das kriegt man aus den Monstern ab und zu random. Oh, ruckel, 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 ruckel. Ja, bei mir auch gerade schlimm. Das liegt, glaube ich, am Regen. Kann das sein? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Diese tolle Animation ist einfach zu viel. Ist aber auch detailliert. Bis ins Kleinste. Boah, ich... Ja, ich fühle mich auch gerade so, als würde ich meinen Cape enger schnüren und hier durch den Regen eilen. Diese Dolby-Kulisse dazu einfach. Bist du schon weit vor? Ja, ich bin schon ein Stück weit gelaufen. Soll ich warten? Nee, ich sammle nur noch gerade diese Bandagendinger hier mit. Oh, hier kommt noch Eis. Boah. Boah. Die Geldkassetten lasse ich übrigens immer stehen. Ich bin sehr brav. Ja, ich sammle die auch brav ein. Dafür mache ich die ganze Zeit irgendwelche lustigen niedlichen Kaninchen tot. Boah. 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 So, jetzt noch so ein verkackter Wellen sind ich hier. Nehmen wir auch mal eine schöne Piratenmütze kacken. Boah. 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 Und wo geht's denn da hin? Boah. Geh' ganz schön tief rein. Ja, also nicht kalt zumindest. Alter, wie tief geht das hier rein? Da unten bist du, glaub ich, reingegangen. Da sind Fackeln am Eingang. Hm, genau. Es sind gar kein Ende hier. Ah, jetzt wird's doch langsam kälter. Hab' ich Lagerfeuer dabei? Ah ja, hab' ich. Wo bist du denn? Komm' grad auch runter. Ah, das ist gut. Glaub ich zumindest. Du, in den Dunkeln runter? Nee. Hm? Hast schon Fackeln gesetzt, ne? Ja, klar. Okay, dann bin ich in der falschen Höhle. Moment. Ich bin schon längst wieder draußen. Achso. Lasse dich. Ich hab einfach nur zwei Fackeln reingehangen, bin abgehauen. Ich hab' gesagt, so, ich geh' mal in die Höhle hier rein. Oh, Alter. Ich geh' mal in die Hölle kommst, ne? Ach, schön. Ja, aber der Planet scheint irgendwie sonst unbewohnt zu sein. Also, ich find' dir nichts. Hat die Fresse. Was? Warum bist du denn mal so zu mir? Ich will dir nur Gutes, weißt du? Weißt du? Da sind voll die Monster in der Höhle. Und er mit seiner Mega-Waffe. Was? Kriegt der auch grad übel aufs Maul? Ich seh's an deinem Lebensbalken. Der geht echt runter. Von kleinen niedlichen Kaninchen. Die sieht aber echt niedlich aus, die so. Schon wieder Eis. Boah, das kann ich hier nicht, das kann ich hier so nicht stehen lassen. Das muss ich mitnehmen. Ui! Hm? Was tun sie da? Ich bin jetzt erst mal aus der ersten Eisschicht raus. Ich weiß nicht, ob bist du schon weiter? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin jetzt am zweiten gerade. Aber da grabe ich schon wieder nach Rohstoffen. Das heißt, hier bleib' ich wohl bestimmt. Der hier ist Kohle, quasi. Fast an der Oberfläche. Oh! Eine Affenstadt. Eine Affenstadt? Bin ich willkommen. Ja! Stay Silent. Okay, ich darf drinnen bleiben in der Stadt. Krass, eine Affenstadt. Hier sieht's ja lustig aus. Blast... Blast Big Ape mit so lustigen Bildern und sowas. Die haben auch schon knarren Bürojobs, Alter. Hier ist voll das Büro. Sind auch Affen mit Anzügen? Oh, eine Bananenstatue. Geil! Und hallo! Ich möchte mich gern paaren. Oh, da geht sie weg. Ich bin aber immer viel zu offen. Maus shut eyes forward. Ah, das ist krass. Mal gucken, ob du mich findest. Oh nein. Ich bin jetzt gerade bei der zweiten Eisschicht. Okay, dann bist du auch gleich da. Ich hör dich schon. Los. Mögt ihr mich? Hallo. Darf ich... hier hin? Ja, ohne Waffe darfst du rein. Cool. Okay. Mann, wo bin ich? Oben irgendwo. Moment. Da oben. Über mir. Let's Plays aufnehmen! Oh, 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 oh. Du, Tobi! Hm? Wir sind doch immer so nett zu den Leuten, ne? Ja. Jedenfall. Und guck mal, die haben hier... Psst. The Mini-Knock is watching. Take care. Wo bist du denn schon wieder? Ach, hier, Store. Das ist ja krass. What can I sell to you? Ach, hier kann man was kaufen. Alien Bacon. Oh, geil, Bacon. Oh, wie gerne hätte ich jetzt Bacon. Wasser, hier können wir was zu Essen kaufen für zwischendurch. Cool. Guck mal, ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Dein Raumschiff. Oh, das ist ja lieb. Ein Fernseher. Äh... Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg, Waffe weg. Ach so. Oh. Puh. Oh, wie schön... Oh, da oben steht ein Kühlschrank. Boah, Alter. Ich schieb Wache. Ist weg. Oh, ein geiles Sofa und ein Aquarium. Ey, ey, da steht noch ein Kleiderschrank. Wolltest du noch ein Kleiderschrank? Ja, wo denn? Ach, da. Okay, warte. Psst. Nimm den Kühlschrank doch mit. Hab ich doch, ich hab doch. Oder meistens zwei für Vorräte, ne? Ja, nimm... Ja, nimm... Was ist das denn hier? Egal, kann nicht schaden. Ey, geil, ne Platte. Die gucken grad nicht. Wir haben nichts gesehen. Die Lichter sind ganz cool. Warte, die Lampen. So Ikea-Lampen. Warte. Psst. Oh, das sind übrigens auch wirklich. Jaja, die sehen uns aber nicht. Ist aber geil mit diesem Mietshaus hier mit den Fenstern und so, ne? Das ist schon cool gemacht. Das ist eigentlich schon krass. Na? Ja, ja, ja. Alles fit? Tobi, ich hab mal ne Frage. Ja? Zu Beginn der Aufnahme haben wir uns was überlegt, was wir eventuell machen wollten. Du meinst sowas wie total freundlich zu den Leuten hier sein? Ja? Sowas in der Richtung? Und dann quasi alles... Nein? Oh geil! Gardinenstangen und sowas. Total... Das ist das... Oh, hier liegt noch ne Couch. Come back here you. Du musst auch... Der Typ verfolgt dich gerade? Oder verfolgt... Verwirkt er wen anders? Oh geil! Alter Lampe. Noch ein Aquarium. Total geil hier. In der Küche. In der Küche steht irgendwas geiles. Ist das ein Radio? Ja. Krass. Nicht mehr. Kurz angeguckt, mitgenommen. Für gut befunden. Scheiße, mein Inventar ist schon voll. Nein! Kommt man da hoch? Ich komm da mal gerade hoch. Ich nehm das mit. Wieso hab ich denn... Was hab ich denn mitgenommen? 526 Gravel. Wo kommt das denn her? Oh, ich bin so hungry. Oh oh. Aber... Ich hab noch zum Glück. Ich hol mir mal die... Die Dings hier rein. Also wir brauchen ja auf jeden Fall... Wir brauchen ja Dingens, ne? Was denn? Wir brauchen ja... Pixel. Stimmt. Weißt du, wir sollten? Da oben liegen Pixel. 95 Pixel lang da oben. Spring nicht, Doktor Cornelius! Spring nicht! Ja. Wie geil. Wie er doch am Schreien ist. Oh, oh Vorsicht. Boah, boah, boah. Wie geil. Der Schlagradius fehlt doch ein bisschen. Stört die aber auch gar nicht, wenn man hier irgendjemanden angreift. Dann pass mal auf. Den stürzt bestimmt. Ui. Ich hab nen Burger gekriegt. Oh, du nimmst das ganze Haus auseinander. Oh, Steel Plattformen. Cool. Boah, da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Aber guck mal. Die Plattformen sind doch ganz gut, wenn wir die schon mal haben. Ganz praktisch eigentlich. Ah hier, die Wandlampen sind auch super. Vorsicht! Hey, ihr braucht nicht flüchten. Ich töte euch nur. Aber macht... 85 Pixel. Was für Assis wir halt da passen. Hm? Hm? Was? Kann ich nicht darauf vollziehen. Geile Gardinen. Die werden sich gut machen bei uns. Später. Ach, Glas kann ich nicht mitnehmen. Egal, lass sie liegen. Soll ich's holen? Soll ich's holen? Warte, ich hol's. Alles gut. Weg da! Weg da! Alter! Vorsicht! Ich glaub, die dürfen kein Alarm schlagen. Guten Tag! Guten Abend! Schönes Wetter heute, ne? Moin! Boah! Mann, ist das wieder ein Wetterchen heute. Das ist krass hier, diese Überwachungsdinge und so, ne? Das erinnert mich ein bisschen an Fallout. Das ist schon krass. Oh, ich will diese Statuen haben und diese Bananenstatuen find ich auch toll. Leider hab ich... Kann ich aber mitnehmen. Das wär, das wär sehr lieb. Vielen Dank. Entschuldigung. Wie Batman. Hm? Was? So. Hallo. So, Aquarium und so haben wir auch. Warte mal. Hab ich eigentlich Bomben im Inventar? Hast du ne Bombe im Inventar? Ne, ne? Ne, ich hab die glaub ich leider weggelegt. Ah, ich auch. Doch, doof. Schade. Oh. Oh, da oben halten Wachen. Auf dem Dach sind Wachen. Mal gucken, was passiert, wenn wir... Oh, oh. Geil, der schießt den Vogel ab da oben. Boah, der hat aber ne dicke Wumme, ey. Krass. Ich glaub der ist nicht... Nicht so... Oh, hallo. Oh. Boah. Was ist das denn hier? Oh, das Viech hat was verloren. Was ist denn das? Ähm. Ein Chopcuber. Oh, es ist kalt. Ach, da wird auch grad einer. Tja. Oh, voll ging ihm an. Oh, mir ist kalt gerade. Ja, auch hier. Ne, eigentlich nicht. Hä? Das ist immer so geil. Der kommt bestimmt gleich wieder hoch. Meinst du? Der ist grad ja auch vor... Ja, da kommt er. Neue Waffe. Scheiße, du bist voll. Oh. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Waaah. Mach ich mal den Schleim weg. Den brauch ich kein Mann. Boah, das lebt ja noch. Boah. Jo. Achso, willst du aufheben? Warte, ich hab so viel... Ich hab so viel Krempel jetzt hier. Hast du? Ja. Death Stick heißt das Ding. Ja, guck dir mal an. Vielleicht ist er gut. Esch. Ah, ist wieder zum... zum... zum pieksen. Aber hat 29 Damage per Swing. Schöne Wohnung! Oh. Oh, ich hab nen Burger. Gards, help me! Schon längst tot. Die lassen mir wie gar keine Pixeln mehr fallen. Ich glaub, das machen nur die Wachen. Ah, okay. Oh. Guten Abend. An der Couch, überrascht. So, ich würde gern die Wache hier unten, wenn du nix dagegen hast. Ja. Alter. Boah. Boah, ich auch fast. Boah. Schnell in die Wohnung. Alter, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Feuer in the hole. Boah. Yeah. Geil. Oh, neue Waffe. Leider keine Knarren. Hast du Pixel gekriegt? Nee. Ich hatte vorhin bei den Dorfbewohnern eben 85 gekriegt. Vielleicht ist das random einfach. Ah, okay. Das kann sein. Nur 28 DPS hat die Axt. Boah, naja. Boah, sauer! Sitzt nicht aufm Stuhl rum! Boah, die stört das überhaupt nicht. Nö, bleibt einfach sitzen. Scheißegal, ey. Ich mach hier mal die Tür zu. Kollege, wie sieht's denn aus? Alter! Höh! Du hast die Tür zugemacht! Hilfe! Alter! Ich hab die... Ich hab die Tür zugemacht. Alter! Nein! Ich bin tot. Alter, vier Wachen. Hm. Das nächste Mal sollten wir vielleicht kurz Erde vor die Tür bauen. Das wär, glaub ich, schlauer. Kommst du klar gegen die vier? Sind die denn so... Ja, natürlich. Klar. Ich glaub, die sind gar nicht böse auf mich. Hallo? Boah, was ist das denn hier schon wieder? Was denn? Welche komischen Viecher hier bei Nacht? Aber ich glaub, ich geh jetzt mal nach oben und 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 aufs Schiff und versuch mal den ganzen Krempel loszuwerden. Ja. Vor allen Dingen weißt du, wo soll der noch reinpassen? Ja, das ist das Problem, was ich halt auch irgendwie sehe so. Weil irgendwie... Kommen wir mal hoch. Wobei... Guck mal, was es hier noch vielleicht so gibt. Na klar. Wenn du schon mal da bist. Puh! Ach, scheiße. Der tut mir nämlich, wie da so viele Dinge uns gekostet. So viele Pixel. Das ist immer das Ärgerlichste eigentlich am Sterben. Ja. Also jetzt... Je mehr du halt hast, desto ärgerlicher ist es. Ja, 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 ja. Mendo. So. So, jetzt haben wir schon acht Zellmaterialien. Mal zäh... Mal ma 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 ma. So, die Türen hatten wir hier. Space Poker. Aha. Hm. Bist du denn? Hm? Kusch dich. Boah, Hilfe. Watt denn? Watt denn, watt denn? Ja, hab mich gerade so ein Vieh aus der Dunkelheit schon wieder angegriffen. Ach so. Bist du raus aus der Stadt? Hm, ja, ja. Die war fertig dann. Hinten dran. Okay. Na gut. So, die Sitzmöbel pack ich mal. Boah, es gibt... Da gibt's schon hässliche Glamotten teilweise. So. Ich pack das jetzt mal... Hm, Milch. Guck, ich hab dir was mitgebracht. Hm? Warte, ganz kurz. Huch. Was denn? Dieter. Ach, das Folterding, ne? Hast du ein Labor gefunden? Da kann man toll schlafen. Alter. Kann ich das jetzt auch aus? Nein, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ich sage alles, was die wissen wollen. Nein. Rede. So. Boah. Ich hole das Ding grad mal weg. Kriegen wir eigentlich... Huch. Ah, jetzt habe ich das bei mir drin. Äh... Kann ich hier eigentlich... Wir stellen uns hier irgendwie alles voll. Ich habe jetzt noch ein Radio, was ich hier hinstellen könnte. Wo sind denn... Ach, da. Also die passen da nicht mehr hin, ne? Nee. Nee. Huch. Nee, irgendwie haben wir... Wir haben keinen Platz mehr im Schiff. Für irgendwelche Dönikens. Ja, wir müssen uns mal ein Haus bauen, aber irgendwie finden wir keinen gescheiten Planeten, ne? So. Oh. Das ist cool. So, was läuft denn heute? Hille Str dónde, hollll we insan! Boah. Didldududududududududududududu! Sandmann! Lieber Sandmann! Das ist irgendwie cool. Das ist ein schönes Raumschiff inzwischen. Ganz schön wie Krempel vor allen Dingen. Mist, die passen da gar nicht mehr rein Ich dachte eigentlich, das wären Affen, äh, das wären Dinge ins Roboterplanet, weil da so Roboterpflanzen waren Wir brauchen eine eigene, wir brauchen eine eigene Kiste für die Saplings, wie es aussieht Frage ist, ob die hier noch Platz findet, die Kiste Oh Boah, ich, boah Ja, das mit dem Platz ist so eine Frage Ich guck mich mal um Tja Macht mich traurig Ähm, ich weiß gar nicht Und wenn wir einfach eine Kiste hier, hier mit hinstellen Hm, ja oder du erweiterst einfach oben das Ding nochmal Wobei das auch doof ist Dann ist das so durcheinander irgendwie, ne? Ja, ja, genau Blöd, dass man das Schiff nicht noch ein bisschen erweitern kann Also vielleicht kann man es ja irgendwann, aber Oh, ne leere Kiste, schnell So Und da jetzt vielleicht Achso, Essen rein, weil es bei der Küche ist Achso, ja, okay Ja, da war es mal Dann können wir die Saplings hier oben in den Vorratsraum tun oder so Oh, so viel Krempel dabei, ey Boah Dann machen wir in die eine Kiste Seeds und die andere machen wir dann Fressen Fertig So, hier habe ich ja Zepplings einfach reingeschmissen in die Kiste da oben Aber eins fehlt uns hier oben noch Alter, ich sehe überhaupt nicht mehr, was hier was ist Und diesen Schleim brauche ich auch nicht Das sind so viele kleine Icons ja überall So Ah Gemütlich Passt vor allen Dingen alles so gut zusammen Warte mal An der Milch kann ich da nicht hinstellen, nichts zum Essen Das Aquarium passt jetzt aber nicht mehr hin, schade Hm Warte mal Ich habe doch hier noch diverse Einrichtungsgegenstände Wie zum Beispiel Okay, das Bild kann ich auch nirgends aufhängen Das ist schade Kann ja eigentlich nichts mehr aufhängen, na egal Okay, pass auf, dann Da haue ich jetzt mal links Kommt das Essen rein, dann packe ich rechts die Saplings rein Äh, die Seeds rein Mach ich mal oben die Roboter Seeds Zack Zack Das ist Boneboo Das ist, keine Ahnung, was das ist So Chili Seed Wie viele Seeds es gibt, ey, krass Ja, 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 ich glaube, das wird auch nicht weniger Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was finden So, Reis und so habe ich auch noch da Baumsatzdinge tue ich aber hier drüben rein, ne? Hm, die was? Die Baumsatzdinge haben wir hier drüben, genau Die Kiste Ah, okay Kiste Aber ausgerechnet die braunen Kisten sind ja schon voll eigentlich Ja Bis nach oben Weißte was So, ist mir jetzt egal Huch Ist mir egal, was du sagst So, ich glaube, zwei reichen, ja? Und dann mache ich dann einfach noch eine Kiste hin Wir hätten von den Weißen noch einen Bau holen sollen, übrigens Ja, das stimmt So, ich mache mal hier die 70er-Jahre-Möbel rein Ach, wir haben ein volles Aquarium, ein leeres Aquarium So, eine Da gibt es auch noch Unterschiede, krass Mhm Fünf Fernseher, ein Radio War eine erfolgreiche Tour Das auf jeden Fall So, ein Piano Stuhl Sitz Hier so ein Dingens Was ist das? Countertop Ach, Kitchen-Counter haben wir da Ein Retro-Kitchen-Counter, cool Dann hier noch ein paar Retro-Betten Ein paar Retro-Lampen Wooden-Bridge-Block Wo kommt das denn her? Den brauche ich gar nicht Ich hätte noch Bilder im Angebot Ach, da habe ich noch Licht Aber Bilder, äh, kannst du in die Ach, da, da Tu ich mal unter das andere Bild Zack Achso, achso Nö, ich sortiere das immer nur so ein bisschen thematisch Dass man die Sachen schneller findet Ich habe da nämlich noch mehr Bilder Oh, hier, aber Gardinen habe ich noch, neun Stück Und auch noch Lampen Ach du Scheiße Was für ein Scheiße Schon, schon ist die Kiste voll Das gibt es doch nicht So, Öllampen habe ich auch noch Die waren, glaube ich, hier drin Ach genau, wir wollten die Lampe bauen Wenn wir wieder hier oben sind Genau, genau, genau Wir könnten auch mal eine Kiste Nur für Beleuchtung machen, übrigens Vielleicht wäre das auch noch nicht so schlecht Das so thematisch zu Nicht nach Volk, sondern so nach Funktion Zu sortieren Ich glaube, ich bin scheiter, ja Irgendwann mal In den nächsten zehn Jahren So, wo war denn das? War das hier bei dem Ding? Oder war das tatsächlich bei dem normalen Crafting-Table? Ah, ihr Landern-Stick Iron Bar, okay, warte Ich mache gleich zwei, ne? Ja, wäre cool Ich weiß nicht, warum ich jetzt Wie immer noch die Erfolge kriege Für eine Iron Bar Alter, ich sehe aus wie so ein Grottenol Mit dem Ding So Ja, aber echt Noch lachst du Noch lachst du, hier Oh, oh Und daraus vom Walde komme ich her Keine Ohr, ich habe echt Haben Sie mal einen Euro, bitte Ist es gerade dunkel unten? Warte mal Haben Sie einen Euro für zwei Sozialaussteiger? Ne, ist leider hell Ach schade Nimm dir übrigens mal die Iron Bars gerade aus dem Schiffsinventar Nur mal kurz ein Inventar packen bei dir Mal gucken, was passiert Nichts Nichts? Hast du den Erfolg schon gehabt? Ich glaube, den Quest-Erfolg hatte ich schon als nächstes Oh ne, doch, jetzt kommt der Quest-Complete Ah, ok Super So, jetzt ist er hier So, jetzt ist er hier Matt haben wir hier Das kann ich wegschmeißen Das So, ich habe noch sechs Ananas So, die Dinger packe ich hier mit rein Zack Jetzt sortieren wir das Inventar ja doch während der Folge Eigentlich wollte man das mal offscreen machen Aber naja, dann Machen wir es heute halt mal so So So, ein Fluorescentes Licht Das dauert leider immer so lange, bis man das einsortiert hat alles, ne? Ja, ja Das stimmt Eine riesige Kiste wäre gut mit einer Suchfunktion Das wäre perfekt Ja, das stimmt So ein Gemeinschaftsding Hier, Slush kommt auch weg Okay Ich habe da hier noch Couch und so einen Scheiß Wo soll ich das hinpacken? Ach, Grapes habe ich auch irgendwie vier Jetzt haben wir acht Grapes da drin Ich glaube, das Essen behalte ich erstmal ein bisschen Kann ich hier am Kitchen-Counter Also haben wir kein Feuer, ne? Warte, aber ich habe ein Lagerfeuer, wenn er das was weiterhilft Ja, das wäre super Mö da Danke Ich mache das Fleisch nämlich mal gerade, das belegt bei mir Ich habe 17 Fleisch, die belegen bei mir einfach einen Inventarplatz Oh Und die ganzen Seeds kann ich eigentlich erstmal in die Kiste packen Solange wir dann noch gar keinen Haus haben Macht Sinn, ja, macht Sinn Wobei wir könnten ja auch hier einfach Erde pflanzen Wir haben doch so viel Platz Ja, ja, hier können wir einfach so ein ausuferndes Feld Ja Mais aus dem Weltenraum So, hier ist Essen drin Dann haue ich hier mal Ach, hier haben wir Alter, hier ist schon alles voll mit Seeds Ich weiß gar nicht, wie ich das unterkriegen soll Lass dich nicht unterkriegen Seed-Kiste ist voll, Tomaten und Samen kriege ich da nicht mehr unter Toll So Okay, ich glaube mein Inventar, ah ne, ist doch noch nicht ganz Oh, 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 ganz wichtig In die Lebensmittelkiste tue ich nochmal eine Packung Milch Zum Runterspülen Dann habe ich immer noch Nach so einer Crepe-Food Ich habe immer noch zwei Ape-Platten Die tue ich mal ganz kurz hier in die Kiste Ist mir jetzt auch gerade mal egal Wir kriegen echt Platzprobleme Fürchte ich Oh ja Oh ja So Interrogation Was soll ich denn mit dem Interrogation Table machen eigentlich? Hm Hier tue ich mal den Zug auf die Zukunftsseite, oder? Ja So Die Treppen wollte ich nicht mehr mitnehmen Alter, wir sehen echt aus wie so Almöhis mit dieser Laterne auf dem Rücken Ja, passt aber irgendwie Wir reisen von Planet zu Planet, nehmen die auseinander und gehen wieder Eigentlich voll die Drecksäcke Aber das wollten wir ja auch sein Ja Haben wir so eine lustige Kiste? Ich habe nämlich noch so eine Harfe hier Habe ich in den Schiffsdingens da gepackt Ah, okay, okay Da, wo auch die Fairy Lights sind Genau, genau dahin So Also ich bin aussortiert eigentlich Ja, ich habe hier noch so Sachen wie eine Couch und ein Bett und sowas Ich glaube, was packe ich? Soll ich das aber wegschmeißen? Couch und ein Bett? So Affen-Couch? Ja, so eine bunte, ne? Ganz rechte Kiste So mit Flecken drauf, ne? Ja, genau Ganz rechte Kiste Ah, passt da gar nicht rein Scheint eine andere zu sein Oh, ja, dann packe es In die ganz linke Langsam gebe ich hier auf Das ist einfach so wie Krempel inzwischen Boah, aber es wird langsam Also wir sammeln langsam unser Imperium zurecht Aber wir haben noch keinen Obermods getroffen, ne? So einen richtigen Endboss, ne? Ja Also einen Zwischenboss, ja, das stimmt Ich habe tatsächlich in der Singleplayer, als ich gestern mal so ein bisschen rumgespielt habe Mit dem anderen Charakter Äh, da habe ich einfach direkt so ein Schloss gefunden und da war auch ein König Da saß dann echt so ein König auf dem Thron, als ich ihn weggemotzt habe Erstens hat er zwei, äh, das Secret Treasure Chests gehabt, hinter Geheimtüren und so Und, äh, außerdem konnte man denen die Krone klauen, mit der ich jetzt immer rumlaufe da Ja, sowas würde ich mir für hier auch mal wünschen bei uns jetzt Ja, die, Dito, Dito Vielleicht auf den nächsten Planeten oder so Dito, Dito Huch Achso, hier, ach, jetzt ist hier Essen drin Dann haben wir noch eine Kiste frei bei den Dingern, dann packe ich das mal grad da rein So, ah Hä, irgendwie scheint bei mir grad, hä Bei mir ist grad alles verzögert Ja, bei mir auch Ich glaube, der Server spinnt wieder, oh 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 nein Oh oh Ich habe Angst Was machen wir denn jetzt eigentlich, als nächstes in der nächsten Folge? Ich war ja, ja, keine Ahnung, der Planet war jetzt nicht so der Erfolg, ne? Nee, ich würde gerne echt mal einen richtig geilen Planeten finden, wo man sich wohlfühlt So wie der wohl der letzte Mal gebaut haben, das war eigentlich ganz cool Ja, sollten wir vielleicht mal gucken, vielleicht finden wir ja sowas mal Hm Irgendwo, wo wir Weltraumnomaden auch mal heimisch werden Das macht mich Das genug zum Klauen gibt Das macht mich traurig Ich weine unter dem Weihnachtsbaum, weil wir kein Zuhause haben Oh, ey, Mann Oh, ey, Mann Wie weinen Roboter eigentlich? Bling, bling, bling Error, error Das not compute I'm sad So, ach, da oben haben wir die Kisten Oh nein, der Server ist da Und der Gericht Ich mache einen